Hallo ihr Lieben und ein weiteres herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Runde The Walking Dead. Jetzt mal abseits von Valorant möchte ich dieses Projekt hier zumindest in der Staffel 1 noch durchziehen mit euch zusammen. Wir sind hier zurück und suchen ein Boat. The Boat. Ja, also wir sind hier angekommen am Wasser. In der Stadt Savannah. Und suchen dort das Boot, was ja Kenny unbedingt haben will. Und gucken uns jetzt hier mal um, was so abgeht. Kann hier ziemlich weit rum her. Gucken wir mal, was wir heute so hier finden. Allerhand wahrscheinlich oder auch nicht. Oder ich weiß es noch nicht. Bin gespannt. Wie gut Geld brauchen wir nicht? Cash. Oh, das ist ein bisschen, hier kommt. Woa. Holy moly. Schaperoni. Was ist das? Weh, 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 weh. Okay. Aber, boah, ich könnte die jetzt erschießen, mach hier aber safe nicht. Wäre für mich eine Verschwendung. Hier ist noch so eine Markierung. Doof. Das wissen wir ja auch nicht. Ähm. Gucken wir mal hier durch. Die sollten wir mal machen, glaube ich. Also doch wieder zurück zur Kasse. Lost. Also, man braucht diese Zeit. Man braucht kein Geld. Ich meine, ein Boot haben wir aber, auf dem wir laufen. Ob das noch läuft? So. Wir wissen ja. Money, money, money. Ist hier. Ist da. Hol dir dein Geld, Junge. 25 Cent. Keine 25 Cent. Woher kriege ich jetzt 25 Fennier hier? Zeitungsautomat vielleicht. Locked. Aufstemmen. Da. Da, Isa. Check. Check. Alles weg. Ist alles schon in Polen. So. Wo war denn jetzt der Gucker hier? Ja, hier. Zack. Was? What's up with the boat? It ain't gonna work. Hulls cracked beneath the waterline. Plus someone stripped out the battery. You can't fix it? What the? What the hell is that? Our fate was worse than death. Joa. Sieht nicht so gut aus, auf jeden Fall. Wir können hier so einige Sachen angucken, gell? Fangen wir aber mal hier an. Sieht auf jeden Fall... Wo ist das? Kein Boot. Und hier? Da, a boat. Kommt hier nicht zweimal was? Ah, Brücke. Die Brücke können wir uns ansehen. Ähm... Und flussaufwärts. Auch kein Boot. Oh. Oh. Was geht denn da ab? Wer ist er denn? Ist er ein Assassiner? Er ist doch Desmond Miles, Junge. Alle werden noch... Werden noch kennt Desmond Miles. In die Kommentare. Hashtag. Ist das ein Spring? Äh... Ja, komm. Gucken wir uns das mal an. Werde das? Er fliegt. Ich glaube, ich habe sie verschluckt, eingeatmet. Mhm. Oh, wir werden zu sprechen. Weg. Der ist weg. Aua. Aua. Ah, lost. Kenny. Junge, helf mir doch. Äh. Woher kommt der Clementine jetzt auf einmal? Ich habe es mal wieder verkackt, da immer mal richtig rumzudrücken. Kenny hockt dahinter. Was ist Crawford, ja? Was ist das? Kenny, doch! Hm, na, klasse. Nein, er ist mit uns. Wir sind die Guten. Wir sind die Nummer. Aber wir sind die Freunde. Ich werde es mit uns vor. Ich werde es mit uns vor. Ja, zurück, wollt. Der Name ist Molly. Molly. Hey, meine Name ist Molly. Molly. Ich bin Mike. Das ist Kenny Clementine. Wir haben keine Probleme. Hi. Hola. Hola, Senora. Sie, die sind wirklich nicht von Crawford, sind Sie? Nein. Ich bin Macon. Ja. Sag uns, was Crawford ist. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who'd been following us! Fuckin' with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a good guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raise the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Bives me some time to scavenge the area as they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. Was that you at our house this morning? Watching me through the back fence? Hell no. Believe it or not, I've got better things to do with my time. Also, dass sie nicht der Feind ist, das merkt man. Cleen, what the hell are you doing here? How'd you get out of the house? Well, Meade started getting really sick. Kristen and Ben had to take him upstairs. I didn't just want to sit around there. I wanted to come help. I told you we didn't need any help. Really? Because if it weren't for her showing up when she did, I would have beaten your brains out. That's debatable. Uh-huh. What are you doing with your children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived. While the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite when you think about it. That's not how our group does things. You're not saying they actually... I mean kids? No. The children, they just forced to leave. Along with their parents. Left them to fend for themselves out here in the world. Why? Like I said, zero tolerance. Crawford got rid of anyone that couldn't pitch in, hold their own weight. The way they looked at it, those people were just a lot of useless mouths to feed. A drain on their precious resources. What's going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Well, super. What have we done here? Well, I'm going to ask people again. You're not from Crawford. So who the hell are you? What are you doing here? We're just trying to survive. Same as you. The only way we're going to survive is by getting on a boat and getting the hell out of here. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any of that got left behind? Crawford stripped them for parts. Cars too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron! You want to keep your voice down? No. Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Oh, oh. Great. Isn't that the... Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mother, isn't there a... What the hell do you think you're doing? I'll tell you what I'm not doing. I'm not getting eaten. What about us? What about you? Please, you can't just leave us. Come on, make it fast. Danke an Clem. Die uns mal wieder den Arsch hat. Oh, fuck me! Come on, come on, hurry! Oh Gott, ich muss mich bestimmt jetzt gleich beiählen mit irgendwas. Okay, ich glaub wir sind gleich auf uns gestellt. Oh, der läuft ganz entspannt. Oh, da kommen bestimmt auch welche. Oh, was mach ich jetzt? Ich werde, ich grepier jetzt. Na gut. Ab in den Bulli-Deckel. Ganz relaxed. Ganz relaxed. Ganz relaxed. Ganz relaxed. Chilliwilli. Okay, wir sind drin. What the fuck? Wir sind in der Kanalisation. Kommen die runter? Oh, ja. Kommen die runter? Oh, ja. Super. Super. Super, super. Sehr schön. Wir sind in der Kanalisation angekommen. Ich bin gespannt was passiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Kleiner Cliffhanger. Ich bin raus. Ciao, ciao.